Memories aus dem Musical Cats oder Can You Feel The Love Tonight aus Lion King. Die weltbekannte Sangsgruppe Ildivo hat die grössten Musical-Hits neu und in ihrem ganz eigenen Stil aufgenommen. Das Album A Musical Affair kann man inzwischen kaufen und Anfang nächstes Jahr geht es auf Welt-Tournee. Und darum freuen wir uns sehr, dass die Schweizer Vertretung von Ildivo heute bei uns im Studio ist. Guten Abend, Urs Bühler. Guten Abend. Ich habe es angesprochen, das neue Album kann man seit Anfang November kaufen. Nächstes Jahr geht es auf grosse Welt-Tournee. Wie stressig sind Ihre Tage im Moment? Im Moment sind sie gerade sehr stressig. Ich bin jetzt etwa 10 Stunden lang in der Schweiz heute. Ich mache Fernsehen, Radio und Presse und dann geht es weiter auf Deutschland, weil wir jetzt eben voll in der Promo für das neue Album drin sind. Dann haben wir zum Glück ein wenig Weihnachtsferien. Da freue ich mich natürlich riesig drauf. Dann machen wir auch wieder eine schöne Familienweinigt mit einem schönen Christbaum und hoffentlich ein bisschen Schnee. Und nächstes Jahr geht es wieder auf Tournee. Und das ist schon immer ein bisschen, ja... Sehr stressig. Stressig. Es ist einfach, ich weiss, dass ich wieder das ganze Jahr auf Reisen bin und eigentlich nicht zu Hause bin. Und das ist, wenn man da so vor dieser Wand steht, ist das schon ein bisschen gefeuchtig irgendwie. Vor allem, weil man eben gerade gehört, Sie sagen eine schöne Weihnacht mit der Familie und dann ist man irgendwie ein Jahr weg. Wie verbinden Sie das? Auf der einen Seite Weltbühne, auf der anderen Seite die eigene Familie? Ja, das ist schwierig insofern. Man muss sich da einfach mit Video-Chats und so weiter und auch Telefon und Texte, oder ob man sich da irgendwie über die Runde bringen kann und je nachdem, wenn es sich ergibt von den Reisenplänen her, dass man etwa noch die Familie rausfliegen kann oder etwa mal zu Hause fliegen zwischen Konzerten. Aber es ist schon, es ist für mich immer ein ganzes ambivalentes Gefühl, dass ich irgendwie ein Jahr lang fast fort bin und die ganze Welt bereisen, die grössten Stecksehnen in der Welt und ganz viel erleben und denselben Loch der Tournee nach Hause kommen und das Gefühl habe, ich habe ein neunmonatiges Loch in meinem Privatleben einfach. Also es ist irgendwie immer ein kleines Zweischneidungsswert. Aber das hankerum geniessen wir natürlich. Das ist das, was wir machen. Wir sind Musikersänger und da bleiben wir davon. Umso mehr geniessen wir dann die Zeit mit der Familie. Wir wollen natürlich ein bisschen über das neue Album reden. Ich habe am Anfang gesagt, die grössten Musical-Hits habt ihr da eigentlich so ein bisschen im Il-Divo-Stil umgesetzt. Wieso habt ihr euch für das entschieden? Wir haben ja in den letzten zehn Jahren, das ist unser achtes Album, das wir aufgenommen haben, Inklos, Ives, das grösste Greatest Hits und das Weihnachts-Album. Und was wir eigentlich von Anfang an gemacht haben, wir haben einzelne Stücke ausgewählt aus dem Pop-Repertoire. Und da haben wir irgendwie zehn, zwölf Stücke zusammengewürfelt und auf einer CD getan und die irgendwie so kombiniert, dass das wenigstens ein Fluss hat. Aber das hat eigentlich nie eine kohärente Strategie dahinter gehabt. Und jetzt gerade nach dem Greatest Hits haben wir uns eigentlich gesagt, das haben wir jetzt lang genug gemacht, jetzt wollen wir etwas Neues machen. Und dann haben wir verschiedene Ideen gehabt, eben von gewissen Konzepten. Wir hatten das Konzept gehabt, wir nennen einen gewissen Stil von Musik. Musical ist einfach, irgendwie sind alle Zusammensetspiele, Stücke sind irgendwie am richtigen Ort hingegangen. Und das hat einfach geklappt mit dem Repertoire, mit den Shows, die wir jetzt gespielt haben im Oktober, im Broadway, mit allen den Kontakten, die wir haben können machen können. Und das hat sich einfach so ergeben und wir sind da wirklich sehr zufrieden damit. Ich stelle mir das aber eigentlich noch schwierig vor, wenn man wirklich eben so grosse Hitze, wie ich am Anfang sagte «Can you feel the love tonight», das kennt ja jeder, hat jeder im Ohr. Ihr habt das so ein bisschen auf eure Art umgesetzt. Ist das nicht auch ein Risiko, dass die Leute dann sagen, oh nein, so gefällt es uns aber nicht? Schon, natürlich. Und gerade vor allem, wir haben das ja immer schon gemacht, wir haben natürlich Sachen gesungen wie «My Way», die natürlich jeder von Frank Sinatra kennt und so weiter. Aber mit dem Musical-Repertoire ist das natürlich speziell, weil es da auch wirklich ganz eingefleischte Fans gibt. wo das Repertoire wirklich heilig ist. Und es ist von daher schon ein bisschen... Wir sind schon ein bisschen nervös gewesen, das aufzunehmen. Und dann vor allem auch gerade in Amerika, in New York, im Broadway, mit den Shows, die wir dort gespielt haben, im Markeitheater, eigentlich das Repertoire von Il Divo, interpretiert durch Il Divo das erste Mal in der Welt vorzustellen. Aber wir haben da glücklicherweise sehr, sehr gute Publikumsreaktionen und auch sehr gute Kritiken von der Presse bekommen. Also wir sind da auch sehr glücklich darüber. Sie haben es vorhin angesprochen, Sie sind eigentlich auf der ganzen Welt zu Hause überall unterwegs. Aber da habe ich etwas gelesen, Ihr seid schon mal für die Queen persönlich auftreten, stimmt das? Oh, das ist fast schon mal die Bekannte unterzwischen, ehrlich gesagt. Nein, das letzte Mal, was wir für Sie gesungen haben, das ist für eine... Sie hat eine Stiftung für die Blinden in England. Und dann haben wir für diese Stiftung ein kleines Konzert gesungen. Aber das ist etwa das dritte oder vierte Mal, als wir für Queen gesungen haben. Wir hatten auch die grosse Irre, Delsna an der Diamond Jubilee, an ihrem 60-jährigen Regierungsbestand. Da kann man sich schon fast von schreiben, wenn man sagt, die Queen ist eine alte Bekannte. Das ist schon anlässig, wenn sie dann wieder vorbeikommt. Und eben, sie... Das ist ja wirklich eine so eine aussergewöhnliche Frau. Und die erinnert sich auch, dass sie natürlich uns schon gesehen hat, an der Royal Variety Shows und so weiter. Und das ist wirklich eine grosse Ehre. Und das ist... Jedes Mal, es ist sehr eindrücklich, so ein Staat es überhaupt natürlich war. Und eben gerade Queen of England, jemand, der 60 Jahre lang geregiert hat, das ist einmalig auf der ganzen Welt. Und das ist also unglaublich. Urs Bühler, ich möchte zum Schluss noch mal auf das zurückkommen, was Sie am Anfang angesprochen haben. Weihnachten, das vor der Tür steht mit der Familie. Wie sieht das ganz konkret aus? Und da ist da auch Ihre Luzerner Heimat Willis auch ein kleines Thema. Ich freue mich darauf, dass ich, glaube ich, Jahrzehnte, das erste Mal wieder, nur gerade bis vor den Weihnachten, aber ich komme ein paar Tage in die Schweiz und ich komme auf Luzern hinein und werde dort auch ein bisschen die Vorweihnachtszeit geniessen und gehe natürlich sicher auch meine Familie und Freunde besuchen. Weihnachten selber feiere ich dann wieder zu Hause mit der Familie. Aber ja, ich freue mich also leise darauf, weil das ist für mich doch irgendwie eine romantische Zeit, seit dem ganzen Jahr und ich fühle mich da ganz seren und ganz friedlich. Ich weiss auch nicht, Wiener hat einfach etwas ganz Spezielles für mich. Also ich freue mich riesig darauf. Dann wünschen wir eine ganz schöne Weihnacht und dann natürlich viel Energie für nächstes Jahr. Danke vielmals, dass Sie Halt gemacht haben durchs Bühler. Ich danke Ihnen. Ihnen zu Hause ebenfalls danke vielmals und ganz schönen Abend. Ade miteinander. Danke vielmals, bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018